Hi Leute, heute wollte ich mal ein Video machen allgemein über Körperhaltungen, was ist natürlich, was ist unnatürlich und zwar explizit aufs Sitzen bezogen. Sitzen ist einfach sehr unnatürlich, gerade auf weichen, gepolsterten Sachen immer. Und ich merke es, seitdem ich mich halt einfach umgestellt habe, auch mit dem Schlafen. Ich schlafe nur noch auf einem harten Untergrund, Buddhisten machen es zum Beispiel genauso, die schlafen auf einem Brett mit einer Decke drüber und es hat nichts mit Askese zu tun, sondern wenn der Körper sich da mal dran gewöhnt hat und mal auf dem Rücken schön darauf schläft oder seitlich, dann ist es so bequem und du kannst dann überall schlafen. Es ist einfach das, was es in der Natur am meisten nachempfindet, wenn man sich anschaut. Früher hat man nicht irgendwo in einem Gebüsch gelegen, wo es irgendwie weich ist, sondern du legst dich halt auf eine Wiese und du spülst immer drunter einen harten, festen Boden und vielleicht halt was Weiches drüber. Und man liegt dann einfach, wenn man auf dem Rücken zum Beispiel liegt, liegt man unten auf dem Steiß auf, das tut am Anfang ein wenig weh. Da kann man sich eben langsam umgewöhnen einfach, dass man sich erst eine Isomatte drunter legt oder was, oder eine Decke oder was auch immer, mal eine dickere Decke, zwei, drei Decken und so weiter. Und ich habe dann auch mit der Zeit einfach gemerkt, es wird immer unbequemer, wenn ich dann mal in einem weichen Bett schlafen musste. Ich fühle mich danach nicht mehr entspannt und fühle mich nicht wohl und nicht so schnell erholt einfach. Ich erhole mich wesentlich schneller, wenn ich auf einem harten Untergrund schlafe und ich fühle mich danach wesentlich entspannter und erholter. Und ich kann nicht mehr auf weichen Böden schlafen. Wenn man sich mal umgewöhnt hat, wenn man auf eine weiche Matratze danach geht, man merkt, wie der Rücken dann verspannt so nach einer Zeit. Ich merke es auch, wenn ich auf einer Couch hocke oder auf irgendwelchen ganz weichen Sachen. Der Rücken wird einfach total verspannt. Und die Muskeln können nicht richtig loslassen und entspannen. Wenn man schön auf dem Rücken liegt oder auf der Seite, dann liegst du auf den Knochen auf, du liegst auf dem Hüftknochen auf oder auf deinem Steiß und auf den Schulterblättern. Und die Muskeln können schön entspannen und sich erholen. Und ja, eigentlich ist die Wirbelsäule auch nicht dafür gemacht, um dauerhaft einfach von der Schwerkraft immer draufgedrückt zu bekommen. Wenn man normal sitzt auf einem normalen Stuhl, dann geht ja immer das ganze Gewicht auf die Wirbelsäule und dann sitzt man auch nicht richtig auf dem Steiß. Und dann muss man das mit den Muskeln ausgleichen und der Körper kann nicht richtig entspannen einfach. Es ist einfach viel angenehmer, wenn man sich mal umgewöhnt hat. Es ist auch das natürlich Logischste, wenn man draußen in der Natur ist. Du sitzt nicht immer auf einem weichen Kissen, du hockst dich auf dem normalen Boden. Und ja, hocken ist dann so die zweite Sache, was man machen kann. Also einmal, wenn man schläft, ich würde immer auf dem Rücken schlafen oder auf der Seite. Ich würde nicht auf dem Bauch schlafen. Dann hat man meistens noch irgendwie den Arm vorne am Bauch oder so und drückt sich einfach die Organe zusammen. Du hast keine richtigen Auflagepunkte, wenn du auf dem Bauch schläfst und quetscht dir einfach die Organe zusammen. Du kannst nicht richtig atmen. Die Organe können nicht richtig arbeiten. Ich habe früher auch immer auf dem Bauch geschlafen. Hat eine lange Zeit gedauert, bis ich mich nicht immer wieder auf den Bauch gelegt habe, sondern dann auch wirklich wieder auf der Seite oder auf dem Rücken aufgewacht bin. Aber es ist einfach nur eine Gewohnheitssache. Und ja, jetzt schlafe ich einfach viel lieber auf dem Rücken oder auf der Seite und ich bin viel schneller, entspannter. Und ja, beim Sitzen ist es genauso. Lieber mal in die Hocke gehen. Heutzutage, wenn man sitzt den ganzen Tag an einem Arbeitsplatz, ja, zwischendrin mal aufstehen. Das ist so normal zu sitzen auf so einem weichen Stuhl, das ist völlig unnatürlich. Und was eine Idee dabei ist zum Beispiel, man kann einen Steharbeitsplatz nutzen. Du kannst ja auch am Stehen am Laptop arbeiten, irgendwas aufschreiben und so weiter. Öfter mal zwischendrin aufstehen, sich ein bisschen bewegen, dehnen oder was auch immer. Und ja, oder mehr sich hinlegen, wenn man gerade mal nachdenkt oder so. Und ja, mehr wieder in natürliche Körperhaltung reingeht. Wenn man sich eben mal anschaut bei den Asiaten, ist es noch total gang und gäbe, dass man sich hockt. Das ist Hocken völlig normal. Die hocken sich wirklich einfach hin, also in die normale Hocke gehen. Und dabei kann man viel besser entspannen. Das ist nicht so eine Belastung für den Körper. Und die hocken sich auch noch normal aufs Klo. Deswegen gibt es diese Plumpsklos in der Erde. Deswegen, ja, was die Körperhaltung angeht, die Asiaten sind dann auch viel, ja, viel besser dran. Viel nicht so an die Zwänge, gesellschaftlichen Zwänge gebunden. Und für die ist es noch völlig normal. Die hocken da wirklich alle. Und wenn sich da mal ein erwachsener Mann irgendwo auf die Straße hockt, dann ist das auch nicht irgendwie, dass jeder den anschaut oder so. Hocken ist da wirklich normal. Die haben auch Schildern vor den Toiletten, wo so ein Mann auf dem Klo hockt, der hat das durchgestrichen. Und, ja, dass du dich setzen sollst. Weil die Leute sich einfach immer hocken. Und es wäre eigentlich besser, wenn sie sich hocken. Und sollten das beibehalten. Setzen, gerade wenn man aufs Klo geht, sollte man sich auch unbedingt hocken. Weil wenn du aufs Klo gehst und dich setzt, dann wird der Darm nochmal abgedrückt. Wenn die Beine einfach 35 Grad Winkel oder so ergeben, dann wird der Darm nicht abgequetscht. Die Entleerung ist viel schneller. Ja, so ein paar Gedanken, die ich mal anbringen wollte. Vielleicht denkt da mal drüber nach. Vielleicht ändert da was. Ändert ihr was? Und, ja, ist ja gar nicht so schwer. Wenn man daheim ist, zum Beispiel, sich das mal anzugewöhnen. Einfach auch mal was im Stehen zu machen. Im Stehen zu arbeiten. Vielleicht auch auf der Arbeit einen Steharbeitsplatz. Oder, ja, mal öfter aufzustehen. Oder statt, es gibt ja noch so viele Sachen, wie man fährt mit dem Auto zur Arbeit, sitzt dabei. Dann geht man halt mal zu Fuß. Und dann sitzt man schon wieder nicht so lange. Und lauter so Sachen eben, wo man immer sitzt und wo man auch einfach in anderen Positionen machen kann. Klar, ist man bei vielen Sachen gezwungen zu sitzen heutzutage. Gerade mit den gesellschaftlichen Zwängen so. Aber man kann es eben schon in vielen Punkten vermeiden. Und, ja, vielleicht findet ihr ein paar Punkte, wo ihr das umsetzen könnt. Und ansonsten hoffe ich, das waren ein paar nette Anregungen für manche Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.